Du hast den Genius Alliance Podcast heute mit dem Thema Leadership ist eine Entscheidung und kein Statussymbol. Wir werden heute in dieser Podcast-Folge klären, warum die richtige Führung in deinem Unternehmen zu besseren Ergebnissen führt. Wir machen eine kurze Unterbrechung und da geht's los. Viel Spaß! Du bist Unternehmer und möchtest die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung erreichen? Dann starte jetzt und gewinne neue Kunden im Online-Dschungel. Mit starken Interviews, wertvollen Erfolgsstrategien und hoch spezialisierten Digitalexperten. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Auf das Thema der heutigen Podcast-Folge bin ich gekommen, weil ich mich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigt habe. Und ihr kennt das vielleicht auch, ihr seid im Internet unterwegs, dann hört ihr irgendwelche Reportagen, Dokumentationen und so weiter zum Thema. Alles wahnsinnig bedrückend und so ging es mir eben auch. Und dann habe ich eine Geschichte gelesen, die mich sehr bewegt hat und die auch viele andere Menschen bewegt haben, als das durch die Presse ging. Und zwar ging die Geschichte wie folgt. Es gab einen Soldaten, genau einen Offizier. Und der hatte ein Team von einer Spezialeinheit. Und es ging um den Krieg in Afghanistan und diese Spezialeinheit geriet in einen Hinterhalt. Und der war so heftig, dieser Hinterhalt, dass viele in dieser Spezialeinheit verletzt wurden. Also blieb der Offizier nichts anderes übrig, als einen Helikopter zu holen, um die Verwundeten und Verletzten auszufliegen. Und in diesem Helikopter saß ein Militärarzt und der hatte auf seinem Helm so eine GoPro, so eine Action Cam. Und nahm im Grunde die Situation, die ich euch jetzt erzähle, so abgespielt hat, tatsächlich auf. Und zwar, der Offizier schnappte sich, als der Helikopter gelandet war, schnappte sich den Ersten aus seinem Team, der sich ziemlich heftig am Hals verletzt hat, und brachte ihn zum Helikopter, legte ihn rein, schnallte ihn fest und gab ihm einen Kuss auf die Stirn. Drehte sich um, um auch die anderen Verletzten zu holen. Der Offizier wurde dafür, für dieses Verhalten und für diese Rettungsaktion ausgezeichnet. Und man hat ihn danach gefragt und hat gesagt, hey, warum hast du das gemacht? Ich meine, ein Kuss auf die Stirn, was passiert da? Und dieser Offizier sprach von sehr intensiven Gefühlen für sein Team, für seine Spezialeinheit, die er anführte. Und er sagte, das hätten die anderen Jungs für mich auch gemacht. Und das ist ganz spannend, wenn wir die Parallele mal in unsere Geschäftswelt transportieren wollen und das mal gegenüberstellen. Dann stellen wir fest, beim Militär werden quasi Soldaten dafür geehrt, dass sie zum Wohle anderer das eigene Leben aufs Spiel setzen oder sogar opfern. In der Wirtschaft werden oft Menschen dafür belohnt, andere zu opfern, damit wir mehr gewinnen. Das kann man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, wenn wir das mal weiterdenken, es hängt also sehr viel von dem Umfeld ab, in dem ich mich bewege und auch in dem andere diese Führungsqualitäten besitzen oder zumindest darauf Wert legen. Und wenn wir das Ganze mal als Gefühl bezeichnen wollen, jetzt nur mal so für den Moment, dann ist das ein Gefühl von Vertrauen und Sicherheit. Also wenn wir uns die Spezialeinheit vorstellen, dann ist Vertrauen und Sicherheit dort einfach ein ganz groß geschriebenes Thema. Und dieses Gefühl kommt ja von vor vielen tausend Jahren, 50.000 Jahren, keine Ahnung oder länger. Also das heißt, wenn wir mal zurückgehen, dann haben wir ja genau diese Problematik. Stell dir vor, du hast so einen Inner Circle, so einen Kreis und um diesen Kreis herum sind so lauter Gefahren. Was war denn das damals? Der Säbelzahntiger, der berühmte? Irgendwelche Naturkatastrophen, Wetterbedingungen oder Steinschläge von irgendwelchen Bergmassiven oder was auch immer da an Gefahren gerade so um uns herum war. Und was uns dieses Vertrauen gegeben hat und diese Sicherheit war dieser Inner Circle und die Regeln, die in diesem Kreis, in diesem Sicherheitskreis existiert haben. Das heißt, worüber wir hier reden, ist eigentlich gar nicht so sehr ein Gefühl auch, aber vor allem eine ganz natürliche Reaktion auf etwas. Das heißt, wenn wir diese Konstanten in eine Organisation überführen wollen, wo es um das Wohlergehen der Menschen geht und so wie dieser Offizier das eigene Wohlergehen zurückstellt, nämlich für die Leute in seinem Team oder gehen wir wieder in die Organisation, für die Mitarbeiter in meinem Unternehmen oder in meiner Abteilung. All das stärkt natürlich eine Organisation von innen heraus. Alles andere schwächt eine Organisation, wenn das eben nicht vorhanden ist. Und da gibt es ja genügend Beispiele. Nehmen wir den Bereich Service, den wir ja immer wieder erleben, wo du dann harsch angegangen wirst, wenn du irgendeine Regel des Unternehmens nicht befolgt hast. Das war gestern, keine Ahnung, ob man das mag. Nehmen wir an, gestern in einer Hotline und das war, das bringt mich gleich wieder auf Temperatur. Das war eigentlich eine Vollkatastrophe, weil es ging, also ich hatte nicht das Gefühl, dort irgendwie Kunde zu sein, sondern irgendwie ein Störenfried. So nach dem Motto, wie kannst du anrufen und uns mit irgendetwas konfrontieren? Also das war super, super kritisch. Und ich habe mir vorgenommen, ich werde diese Person fragen, warum die mich so behandelt. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe gesagt, wie sieht es denn aus? Wir haben uns jetzt ein bisschen unterhalten und ich habe durch und durch von Anfang bis Ende unseres Gesprächs das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie störe. Waren meine Fragen zu kritisch? Was war das Thema? Und dann hat die Frau sich so einigermaßen, so wie es ihr gerade in ihrer emotionalen Stimmung möglich war, also genervt, hat versucht, das zu erklären und gesagt, naja, wir haben ja gewisse Regeln und wenn sie sich nicht daran halten und ich nicht dafür sorge, dass sie sich daran halten, dann verliere ich meinen Job. Bam. Und das ist natürlich ein Momentum, was immer wieder in den Unternehmen festzustellen ist, was ich tatsächlich auch immer wieder erlebe. Die Angst davor, Fehler zu machen. Die Angst davor, nicht die Performance oder die Leistung in den Unternehmen zu bringen. Was ist die Konsequenz, wenn ich dieses Budget freigebe? Was ist die Konsequenz, wenn ich mich für dieses Projekt entscheide, für diesen Dienstleister? Was ist, wenn nicht das gewünschte Ergebnis auf dem Tisch landet, was meine Stakeholder, meine Investoren oder Geschäftspartner, Mitgesellschafter erwarten? Was passiert dann? Das, was regiert in solchen Organisationen oder Unternehmen, ist Angst. Und das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Das hat nichts mit Sicherheit zu tun. Und das destabilisiert jedes Unternehmen und jede Organisation. Weil wenn ich das weiß, dass es Folgen haben kann, je nachdem, welche Entscheidung ich treffe, naja, werde ich dann riskante Entscheidungen treffen? Wahrscheinlich nicht. Werde ich dann irgendwie versuchen zu innovieren, neue Wege zu gehen? Nein. Ich werde die abgetrampelten nehmen, die absolut safe sind. Wo schon tausende vor mir drüber gelaufen sind und einfach sicher ist, dass diese Brücke, dieser Weg, ja, nicht einstürzt, ja, nicht kaputt geht oder so. Also wird sich was bewegen in der Organisation? Nein. Und daran sehen wir schon, wie wichtig Führung ist. Und eine meiner schönsten Analogien zum Thema Leadership, wenn ich zum Beispiel Workshops halte oder in so privaten One-on-Wons, ist der Vergleich mit Eltern. Übrigens kleiner Hinweis hier, kleiner Werbespot an dieser Stelle. Wir haben unsere Eltern-Community gestartet, also ein kleines Start-up, Mindshift nennen wir das Ganze. Ich packe es in die Show Notes, falls es euch interessiert und ihr Eltern seid. Genau. Und, um wieder zurückzukommen, und das ganze Thema Führung als Analogie für Eltern. Was machen denn Eltern für ihre Kinder? Ja, sie bieten Möglichkeiten, Perspektiven an, Bildung an, wenn nötig Disziplin. Ja, vielleicht, natürlich auch das Thema Fehlschläge, die erlaubt sind, Selbstvertrauen. Habt ihr schon mal Eltern kennengelernt, die ihre Kinder gekündigt haben? No. Ja, macht man einfach nicht. Aber wieso macht man das in Unternehmen? Sind ja auch Menschen. Sind vielleicht nicht meine Kinder, sind aber auch Menschen. So, das heißt, wir können, ja, wir können uns einfach dieser Analogie bedienen, um zu verstehen, dass wir als, ja, Führungskräfte, wir als Leader gebraucht werden, damit sich andere entwickeln, weil sie das aus eigener Kraft vielleicht nicht unbedingt können. Und unser eigenes Wohlergehen oder uns selbst einfach mal zurückzustellen. Wie das Eltern tun bei ihren Kindern. Sie verhelfen ihren Kindern zu einer Entwicklung, zu der sie ohne die Eltern gar nicht in der Lage wären. Ja, und jeder, der ein Elternteil ist, ja, der weiß ganz genau, was Zurückstecken bedeutet. Ja, kein Schlaf, keine Entspannung, kein Kino seit vier Jahren. Ja, so läuft das nämlich. So, also das finde ich irgendwie einen ganz schönen Vergleich. Und da will ich euch noch ein kleines Beispiel geben. Und zwar gibt es eine Firma, die nennt sich NextJump. Das ist eine Technik-Company in New York City. Und die haben eine Policy erlassen für lebenslange Beschäftigung. Das fand ich mega cool. Tolles Beispiel dafür. Was bedeutet das? Das heißt, es werden keine Mitarbeiter entlassen, die aufgrund von irgendwelchen nicht erbrachten Leistungen für viele Unternehmen wahrscheinlich ein Kündigungsgrund wären. Ja, in dieser Firma nicht. Es gibt dieses Konzept, dass man sagt, niemand wird entlassen, weil er oder sie die Leistung nicht erbracht hat. Und im Gegenteil, auch wieder Eltern, ja, was machen wir mit Kindern, die eine 3, eine 4, eine 5, keine Ahnung, aus der Schule mitbringen als Note. Naja, denen helfen wir. Da gibt es Nachhilfe, da setzen wir uns selber hin, da fragen wir die Kinder, hey, was brauchst du, damit wir deinen Notenspiegel verbessern können oder was auch immer. Aber wir helfen, wir entlassen doch nicht die Leute, wir entlassen doch nicht unsere Kinder. Also ein ganz anderes Mindset, ja. Es erinnert mich aber, jetzt sagst du vielleicht in deinem Unternehmen, oh, das ist bei uns auch so, ja. Also wir fördern unsere Mitarbeiter, ja, aber nicht in allen Unternehmen. Ich habe große Unternehmensberatungen kennenlernen dürfen, ja, in meinen früheren Jahren und habe dort erlebt, dass die größte Kostenschraube, die du in einem Unternehmen finden kannst, oftmals die Personalschraube ist. Das heißt, es werden erstmal Leute entlassen, ja. Nimm mal ein Merch von beiden Unternehmen oder ein Unternehmen soll verkauft werden, ja, dann machst du die Brautschick, sagt man dann so schön in der Unternehmensberatungsbranche. Ich will jetzt nicht über einen Kamm scheren, es gibt auch ganz tolle andere Unternehmensberatungen. Ja, aber das, was ich beobachtet habe, also meine Erfahrung ist, es ging sofort an die Personalressource, ja. Es ging sofort rein und wen können wir, wen können wir kündigen. Unfassbar, ja. Aber es geht doch um Menschen, es geht doch um die Leute, um die, die links und rechts von dir stehen, die du auf diesem Weg mitnehmen darfst, ja, um die geht es. Und das eigene Wohlergehen, die ganzen Machtstrukturen, diese ganzen Herrschaftsstrukturen einfach mal hinter sich zu lassen. Zum Thema Personal, auch ein schönes Beispiel, gibt es eine Firma, relativ viele Mitarbeiter und die Unternehmensführung hat sich überlegt, okay, wie können wir das machen? Wir haben jetzt einen massiven Einbruch, das war 2008, glaube ich, Wirtschaftskrise und so weiter. Ja, wir müssten eigentlich jede Menge Menschen entlassen, weil wir uns das gar nicht mehr leisten können. Was hat man gemacht? Man hat sich nicht darüber Gedanken gemacht, wie können wir unseren eigenen Hintern retten, indem wir die Leute rausschmeißen, ja. Sondern wir haben, nicht wir, aber diese Firma hat darüber nachgedacht, wie können wir Mitarbeiter, zum Beispiel in, also vom CEO bis hin zum Praktikaten, vier Wochen in unbezahlten Urlaub schicken. Was können wir denn damit sparen? Ja, und damit haben sie es tatsächlich geschafft. Ja, also jeder im Unternehmen musste vier Wochen unbezahlten Urlaub nehmen. Das heißt, die Idee war, wir alle leiden ein bisschen, aber keiner zu viel. Ja, oder verliert gar seinen Job. Und das ist das, was ich meinte heute mit dieser Podcast-Folge. Leadership ist eine Entscheidung und hat nichts mit einem Statussymbol oder einem Rang zu tun. Eine kurze Unterbrechung, denn ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht zuerst, ihr habt mir in den letzten Monaten zahlreiche Nachrichten geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Und ihr habt mich gefragt, wann ich das Digital Leadership Mentoring für Unternehmer und Unternehmerinnen wieder auflege. Und deshalb freue ich mich, dir mitteilen zu können, dass wir ab sofort wieder durchstarten können. Wenn du also Lust hast und daran interessiert bist, ein skalierbares und profitables digitales Business aufzubauen oder du dein Unternehmen für die Digitalisierung fit machen möchtest, dann besuche uns im Netz auf www.genius-alliance.com oder folge dem Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und nun die schlechte Nachricht. Das Zeitfenster für das Digital Leadership Mentoring wird sich bald wieder schließen. Da ich noch in andere digitale Projekte involviert bin, kann ich nur eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern im Unternehmermentoring begleiten. Es wäre also jetzt ein guter Zeitpunkt für dich, den Podcast an dieser Stelle kurz zu unterbrechen und ein kostenfreies Vorgespräch zu buchen. Ich freue mich sehr darauf, dich kennenzulernen und wünsche dir nun weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Was Leadership wirklich ausmacht, ist auf die Person zu deiner Linken und zu deiner Rechten zu achten. Wir nennen diese Menschen Leader, weil sie vorangehen, weil sie die Ersten sind, weil sie Risikoaufsicht nehmen, weil sie bereit sind für Sicherheit und das Wohlergehen ihrer Leute Opfer zu bringen. Und denk mal darüber nach, anwieweit das in deinem Unternehmen, in deiner Unternehmenskultur angekommen ist. Inwieweit du das für dich schon so praktizierst, wenn ja, Glückwunsch, wirklich eine ganz wichtige Fähigkeit, wie ich finde. Die Frage ist auch, wie das die Führungskräfte in deinem Unternehmen weitertragen. Leben die das auch so wie du? Oder kann man da nachjustieren? Muss man da nochmal reinhören? Wie ist das eigentlich? Fühlen die Leute in deinem Unternehmen tatsächlich dieses Vertrauen und diese Sicherheit? Ist es dieser Inner Circle? Und ich hatte ja vorhin über Seelenzahntiger und so weiter gesprochen. Genau diese Unsicherheiten haben wir außerhalb unseres Kreises, unserer Organisation, haben wir genau diese Gefahren immer noch. Also wir haben das Thema Corona, wir haben das Thema Krieg, steigende Preise, Inflation und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, all diese Gefahren sind um uns herum. Das, was uns schützt, ist das, was wir im Inner Circle kreieren können. Eine Wertegemeinschaft und echtes Leadership. Wenn diese Inspiration dir heute gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da oder bei Spotify oder am besten bei beiden. Und ich freue mich auf euch, wenn wir uns morgen wieder hören. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Ciao.